Musik Ja, fangen wir gleich mal an, ich bin ein großer Spor-Fan, nämlich Spor habe ich, ich habe Spor-Galaktische Ampel und ich habe, nein, das ist kein Spiel, Spor, sie sind schrecklich, ich habe alle Add-Ons, außer Darkspaar, es ist kein Add-On, das ist ein Add-On-Spiel und ich mag Spor, also Tycoon-Spiele mag ich sowieso und das ist das Tycoon-Spiel-Ever mit Rollenspiel sozusagen und die Grafik ist cool und muss ja eigentlich nicht viel zu sagen Dann habe ich hier, so Tycoon 2, die Ultimate Collection, habe ich auch schon ein paar Videos zu gemacht und auch in Tycoon, Tycoon-Spiel, Tycoon und ich mag Tycoon-Spiel, wie ich gerade eben schon erwähnt habe eigentlich ist das, das will ich mein Lieblings-Geno und ja, eines der besten Zoodinger überhaupt aber eigentlich das Beste dann hier nach, Rotterf, Waller-Koster-Tycoon mit Teil 1, äh, Teil 2 und Teil 3 Teil 3, Teil 2 Teil 3 ist scheiße, aber Teil 3 ist übertrieben, school und auch ein Tycoon-Spiel und ich mag ja Tycoon-Spiel und alles ist so schön und ich habe noch 3 Minuten ja, das ist auch ein Spiel, wenn es so cool ist und da kannst du so animieren und du hast ein Guam mit oh nein aber ich habe noch 2 Minuten, mach das nicht, der steht jetzt Bandende gerade nein, ich habe da noch Saga und dann habe ich hier noch Wildlife Park, auch ein Teil-Kunens-Spiel dann habe ich noch Sonic Wilders, aber da geht es ein wenig mehr, da sagt man, da ist ein Vigus-Hoffer, das ist gar kein Vigus egal dann habe ich hier auch noch Patterson und Fendus, da habe ich mir vorher lange Zeit mehr geholt, da ich den PC gerade neu bekommen habe eigentlich auch ein 19-Spiel ich weiß nicht, dass hier gar nichts mehr so ein 19-Spiel wieder bei den Muklos Findus ja ja, das ist auch ein ganz cooles Spiel Lego Insel, also Lego Insel 2 das ist ein cooles Story und das macht auf jeden Fall Spaß ich weiß es auch nicht wirklich was habe ich noch, was habe ich noch, was habe ich noch ah, hier habt ihr noch Soda Kun 1 Compete Edition Jahrmarkt Manager, ist nicht so cool Speedy Eckbert, ganz cool ah, Kuka Bunga, das ist ein lustiges Spiel, also so Party mäßig und dann habe ich es in letzter Zeit, aber was ich jetzt nicht zeigen kann Minecraft, ich bin Minecraft-Spieler ja, und weil ich jetzt noch knapp eine Minute habe, sage ich mal, ja, das war meine Sonne die hat jetzt glaube ich über drei Parts gedauert und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann entweder, wenn ich nochmal eine neue Auflage mache und noch mehr Spiele habe oder in einem Manga-Song-Video oder in ein paar Displays also tschüss und ich hoffe, es geht um jetzt gleich nochmal also etwas bei dass was jetzt ich Untertitelung des ZDF, 2020